Und wir werfen jetzt einmal einen Blick ins Maria-Theresien-Zimmer in der Wiener Hofburg. Hinter dieser Tür, da besprechen sich in diesen Momenten der Bundespräsident und der designierte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Einer, der schon unzählige Male aus diesem Zimmer berichtet hat, ist Fritz Dittelbacher. Was passiert denn in diesen Momenten hinter dieser Tür? Ja, das ist ein formales Treffen. Natürlich haben die vorher schon gesprochen. Das ist ganz klar, der lernt ihn da nicht zum ersten Mal kennen, in diesem Fall schon gleich gar nicht. Denn Alexander Van der Bellen ist ja ein Patient dieser Gruppenpraxis, in der auch Wolfgang Mückstein bis gestern sozusagen ordiniert hat. Und war in den letzten Jahren immer wieder mal als Hausarzt bei ihm oder seinen Kollegen. Also die kennen sich schon, aber es ist rein formell so, man geht immer sehr pünktlich hinein zum Bundespräsidenten. Man lässt einen Präsidenten nicht warten. Aber dann gibt es noch ein Gespräch zwischen dem Bundeskanzler, dem Vizekanzler, die sind auch da dabei. Dem neuen, designierten, noch nicht angelockten Minister und dem Bundespräsidenten. Und dann nach so zehn Minuten, einer Viertelstunde kommt man dann raus und dann gibt es... Ah, jetzt ist es schon so weit. Wir sehen es. Die Tapetentür geht auf. Dann gibt es eine kleine Ansprache heute nämlich. Und die hören wir uns jetzt auch live an. Genau. Genau. So.